Was macht ne Handgranate hier? Ach, nimm auch einfach mal mit. Gut, hätten wir das auch geklärt. Hier oben liegt also ne Handgranate. Warte mal, kann ich den Stein platzieren? Ich habe den Stein ja mitgenommen. Das fällt mir jetzt erst ein. Ich wollte nicht so dumm durch die Pampa. Ich habe die Kurve mitgenommen und konnte sie verwenden. Dann wäre ich den Stein, den ich mitgenommen habe, doch sicher auch irgendwo verwenden können. Wenn nicht, wäre ja so ein bisschen bescheuert, ne? Glaube ich. Ja gut. Das hat keiner gesehen, dass ich hier dran vorbeigelaufen bin. So, betreten. Kurbel. Abgesunde Beine. Geht's jetzt? Es geht. So. Und soweit ich das jetzt von dem Spiel noch weiß, haben wir jetzt diese einzelnen... Teile... ... und müssen die in einen logischen Zusammenhang. ... 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 Typ will in den Waggon einsteigen Das ist der Junge Junge liegt neben Vater Oppi mit Kurbel Er benommen Und Was Okay Das sind die Geräusche Chronologie Also Ich würde sagen Als erstes Haben wir den hier Dann Oppi weiß ja noch nichts Davon Was Sohnemann vorhat Mit seinem Sohnemann Dann nimmt er Den Stein Und Hindert Ihn daran Hier einzusteigen So Dann Liegt er Benommen auf den Schienen Und Oppi überfährt ihn Und Trennt aber nur seine Beine ab Oppi wird Freitern in der Zeit Den Sohnemann Es gibt das auch Sinn Warum da fesselt waren Was ist das jetzt Drei Vier So Dann Kommt ja vermutlich der hier Dann Der hier Funktioniert das Was ist das Was ist das Was ist das Das ist das Das ist auch ne Frau Er kann sich von den Stiegen lösen Aua Okay Ich finde das er gab's denn Darf ich mich wieder bewegen? Ist das nicht das hier in Folge? Okay Die Reihenfolge war anscheinend richtig Ethan ist der kleine Junge Und sein Opa hat ihn anscheinend beschützt Ja 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 Ich kann dich das machen lassen Depression Wir haben einen Schläfer Oder Oder Den Schläfer Und da oben Was ist das denn Okay Okay Äh Was passiert hier gerade? Äh Okay Ich versteh nicht warum da Bildschirme waren Und ich versteh noch weniger was hier passiert Was hin Was hin? Da oben? Da ist er Peter Was? Das ist Das ist Es ist Es ist Es ist Hat das Bedeutung für die Story? Warum da vier Bildschirme im Wald standen? Und Ich habe einen ... Astronauten verfolge? Bzw. warum verfolge ich den überhaupt? Oh, was? Raumschiff? Also das ist das, was ich vom Spiel jetzt momentan am wenigsten erwartet hätte. Komm ich da auch rein? Ne, ich geh jetzt erst von raus. Wo fliegen wir hin? Was soll das alles? Ist das eine von Ethans Traumwelten? Ist das... Vom Schläfer? Hat das was mit dem Schläfer zu tun? Vielleicht? Hier sind noch mehr Kapseln. Irgendwo im Weltraum. Wo ist nichts? Da ist nichts. Kann ich irgendwas machen? Soll ich irgendwas machen? Musik hört auf. Hilfe? Es ist so ruhig. Kann ich irgendwas machen? Das ist gruselig. Lesen. Es scheint wirklich ne Geschichte zu sein. Die Bestie hatte Fangzähne, war aber schwer und langsam. Als sie das Licht am Himmel sah, wartete sie und dachte, das Licht würde ausgehen, wie die anderen davor. Als es nicht geschah, stand die Bestie auf und ging zu dem Ort, an dem das Feuer noch immer brannte. Als das orangefarbene Licht erlosch, nahm ein neues seinen Platz ein. Dieses war blau, ein helles, rein blaues, das das Geschöpf bisher nur bei den Rändern von Sternen sah. Die Bestie zeigte ihre Fangzähne und das Licht verschwand. Kurz darauf tauchte das Licht zwischen zwei entfernten Bäumen wieder auf. Die Bestie wollte nach Hause gehen, konnte das Licht aber nicht ignorieren. Deshalb verfolgte sie es tiefer in den Wald. Nein, ich wollte die... Nein! Ich wollte die... Ich wollte die Rückseite noch lesen. Das Licht blieb schließlich auf einer Waldlichtung stehen. Die Bestie übertrat den Kreis und spürte dabei keinerlei Furcht. Die Bäume wendeten sich der Bestie zu, zeigten wie Nadeln aussehen. Doch die Baumwittel neigten sich und wurden in den Boden. Die Stämme und Wurzeln wurden in die Luft gehoben, wie Mauern um die Bestien geschlossen. Als der Boden verschwand, begriff die Bestie, dass sie ihre Fangzähne nie wieder benutzen würde. Waren wir die Bestie, die das Licht verfolgt hat, was sich durch den Wald bewegt hat? Es war auf jeden Fall eine Geschichte von Ethan. Das ist ja jetzt klar. Dürfte ich vermuten, würde ich sagen, dass Travis sein Vater ist. Obwohl, dann würde er ihn wahrscheinlich eher Dad nennen, weil wenn du sein Grandpa Grandpa nennst und nicht beim Namen, würde ich doch schon annehmen, dass es dann vielleicht aus seinem Bruder war, sein Onkel. Ich werde jetzt einfach mal weitergehen, weil ich glaube, hoffe, dass da im Wald nichts mehr ist. Da hatten wir gerade die Kapsel dann gefunden und da steht jetzt ein Häuschen, okay. Ist auf jeden Fall ein Bahnsteig. Das zeugt davon, dass die Bahn auf jeden Fall mal eine Zeit lang fuhr. Regelmäßig. Über die Brücke dann, okay. Ich möchte da gerne wiederholen. Die Uhr ist stehen geblieben um die Viertel nach sieben, okay. Wenn wir da vorne weiter. Ich komme von hier unten. Ja, wir dürfen hier wieder hoffen, genau. Sehr schön. Ich komme von hier unten. Bis zum nächsten Mal.